Eines Tages im Januar flatterte er mir ein Befehl auf den Tisch. Übergabe Prinz Eugen an Schmidthuber und Übernahme der Division das Reich. Da fuhr ich nach Berlin, um mich bei Ruhoff zu erkundigen, wo die Division Reich liegt. Die ich übernehmen sollte. Da sagte er mir, ha, sie übernehmen nicht die Division Reich, sie übernehmen die Leibschluss. Ich sag, warum denn das? Ich hörte viel über die Division das Reich. Die kannte ich ja von Anfang an. Da sagte er mir, ja, Sepp Dietrich wollte den Ostendorf nicht haben. Der kam von der Luftwaffe. Von der Luftabwehr. Der wollte lieber den alten SS-Mann haben. Und so hat er mich genommen. Ich schade. Ich schade. Ich schade. Ich schade. Vielen Dank.